Und da sagt uns doch die Regierung, ja, dafür gibt es einen Schuldigen und das sind die Ungeimpften. Und das ist das, was ich meine, was halt extrem leider zur Spaltung beiträgt. Und deswegen möchte ich heute in der Wochenschau wirklich einmal genauer hingucken. Was stimmt eigentlich an dieser Erzählung? Ja, dann ist natürlich die 2G-Regel völliger Nonsens. Nur einen Aspekt, dass man einen Teil der Bevölkerung ausgrenzt und unter Druck setzt. Und zwar teilweise wirklich auf schlimme Art. Muss man doch klar sein, wer ist verantwortlich jetzt dafür, dass Operationen verschoben werden? Wer ist verantwortlich dafür, dass die Situation dramatisch wird in vielen Krankenhäusern? Corona? Oder das riesige Versagen der Politik? Und an der Stelle nochmal für alle Leute, die gerade auf YouTube zugucken. Wir versuchen gerade die Frau Wagenknecht in ein Interview reinzubekommen. So, Digga, was ist jetzt hier? Sollen wir mal das Video reinziehen jetzt von der Wagenknecht oder was? Was war denn da jetzt? 2G und Impfpflicht oder was? Vor acht Tagen? Ich denke mal, das ist das, ne? Oha, 1,2 Millionen Views. Oh shit, Digga. Auf jeden Fall wichtig. Da müssen wir dann rein, Freunde. Da müssen wir dann rein. Gucken wir mal kurz tontechnisch. Hallo. So, Leute, rein da. Ja, die Corona-Zahlen, sie steigen und steigen. Und nicht nur das, sondern es gibt inzwischen dramatische Warnmeldungen aus den Krankenhäusern. In vielen Intensivstationen werden die Betten knapp. Es werden auch schon wieder Operationen verschoben. Man hat irgendwie das Gefühl, das letzte Jahr wiederholt sich nur noch schlimmer. Und da sagt uns doch die Regierung, ja, dafür gibt es einen Schuldigen. Und das sind die Ungeimpften. Nur weil sich immer noch knapp 30 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen. Wobei man ja sagen muss, etwa 10 Prozent sind Kinder. Also sagen wir knapp 20 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen. Nur deshalb haben wir dieses Desaster. Hätten wir eine höhere Impfquote, könnten wir längst zur Normalität zurückkehren. Und damit sind Ungeimpfte nicht nur für all das Unheil verantwortlich, was mit Einschränkungen unseres täglichen Lebens zu tun hat, sondern eben im schlimmsten Fall auch, dass Menschen, die krank werden, in den Krankenhäusern nicht mehr ordentlich behandelt werden können, weil die Betten voll sind. Und das ist das offizielle Narrativ, die Erzählung der Regierung. Und das ist das, was ich meine, was halt extrem leider zur Spaltung beiträgt. Und viele Menschen, ja klar, wenn man es immer erzählt, sie glauben das und sind wütend. Wütend auf die, die sich nicht impfen lassen. Viele fordern inzwischen eine Impfpflicht. Und deswegen möchte ich heute in der Wochenschau wirklich einmal genauer hingucken. Was stimmt eigentlich an dieser Erzählung? Oder wird uns da nur ein Sündenbock offeriert von der Politik, um vom eigenen Versagen abzulenken? Fangen wir mit der Frage an. Stünden wir besser da? Könnten wir zur Normalität zurückkehren, wenn die Impfquote höher wäre? Ja, da sagen viele, seht doch nach Portugal. Portugal, hohe Impfquote, kaum noch Inzidenzen, fast normales Leben. Zeigt das nicht, dass genau das die Lösung wäre? Das Problem ist nur, Portugal kann man nicht verallgemeinern. Und deswegen habe ich eine kleine Grafik vorbereitet, in der verschiedene Länder abgebildet sind mit ihrer Impfquote und mit der aktuellen Inzidenz, also mit dem Infektionsgeschehen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich finde, dass diese Grafik wirklich interessant ist, weil sie zeigt natürlich, klar, Portugal, sehr hohe Impfquote, niedrige Inzidenz. Also auf der Waagerechten sehen wir die Impfquote, auf der Senkrechten das Infektionsgeschehen. Bei Spanien kann man das auch noch so sagen, niedrige Inzidenz, noch besser eigentlich als Portugal, obwohl die Impfquote niedriger ist. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man allerdings auch merkwürdig, es gibt auch Länder mit sehr hohen Impfquoten und sehr hoher Inzidenz. Wir sehen hier über 80 Prozent Impfquote in Island, trotzdem inzwischen eine Inzidenz von 350, also mehr als in Deutschland. Krass, checkt mal die USA, Freunde. Warte, ich mach mich mal ein bisschen hier zur Seite. Guck mal, USA, Bro. Krass, Digga, die USA hat die geringste Impfquote, oder was? Weltweit. Ja, da sieht man mal wieder, ne? Krass, Digga, hätte ich jetzt nicht gedacht, auf jeden Fall. Dänemark, das wurde ja oft als Beispiel genannt, eines Landes mit sehr hoher Impfquote. Auch da ist die Inzidenz inzwischen, geht in Richtung 400, also deutlich höher als in Deutschland. Irland ist ein Land, hohe Impfquote, extrem hohe Inzidenz, über 500. Belgien, mehr als Deutschland geimpft, trotzdem sehr, sehr hohe Inzidenzen. Leute, hört bitte auf, euch gegenseitig im Chat jetzt hier zu beleidigen, so. Sowas geht gar nicht. Und irgendwelchen Leuten vorzuwerfen, dass sie irgendwie sind, nur weil sie das gemacht haben oder das nicht gemacht haben, so. Leute, wir stehen für freie Meinung, wir stehen für Liebe, wir stehen für miteinander reden und nicht hassen, ausgrenzen. Und das, was die ganze Zeit in der Gesellschaft passiert, möchte ich nicht bei mir im Chat haben, Freunde, bitte. Und auf der anderen Seite der gleichen Tabelle sehen wir die letzten... Bleibt menschlich, Digga. So, haben wir das nicht alle irgendwann mal beigebracht gekriegt, dass wir lieben sollten, dass wir menschlich sein sollten, dass wir uns gegenseitig menschlich behandeln sollten, egal, ob wir anders sind oder nicht, so. Das ist doch Grundsatz Mensch sein. Die eigentlich sogar eine sehr niedrige Impfquote haben, teilweise niedriger als in Deutschland, trotzdem relativ wenig Infektionsgeschehen. Ganz unten sehen wir Schweden zum Beispiel. Schweden hat eine ähnliche Impfquote wie Deutschland, hat aber kaum noch Infektionen. Auch Frankreich, ähnliche Impfquote wie Deutschland, kaum noch Infektionen. Die USA, deutlich weniger geimpft, trotzdem wenig Infektionen. Das heißt, wenn wir uns diese Grafik insgesamt angucken, sieht man einfach, es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt zwischen der Impfquote und dem Infektionsgeschehen keinen sichtbaren Zusammenhang. Also das, was die Statistiker eine Korrelation nennen. Das gibt es einfach nicht. Und dafür gibt es auch eine einfache Erklärung. Und die Erklärung besteht darin, dass leider die Impfstoffe in einem Punkt auf jeden Fall nicht das leisten, was viele am Anfang erhofft haben. Nach einer gewissen Zeit nach der Impfung gibt es nahezu keinen Schutz mehr für Geimpfte, sich zu infizieren und andere anzustecken. Und das ist natürlich etwas, was man zunächst mal vielleicht anders erwartet hatte. Es wurde ja am Anfang gesagt, Herdenimmunität. Das setzt voraus, dass tatsächlich ein Impfstoff bewirkt, dass Menschen, die geimpft sind, nicht mehr infiziert werden und auch niemanden mehr anstecken können. Solche Impfstoffe gibt es. Also beispielsweise der Pockenimpfstoff. Dadurch konnten die Pocken ausgerottet werden. Und das war eine sehr, sehr gute und sehr segensreiche Impfung. Wenn man sich gegen Pocken geimpft hat, dann war man nicht nur lebenslang geschützt, Pocken selbst zu bekommen, sondern man konnte definitiv niemanden mehr anstecken. Ähnlich ist das bei der Masernimpfung. Auch die Masernimpfung schützt nicht nur den Geimpften lebenslang dagegen, diese schlimme Krankheit zu bekommen, sondern sie bewirkt auch, ich kann nie einen anderen Menschen anstecken. Bei solchen Impfstoffen ist es übrigens auch sinnvoll oder zumindest kann man bei solchen Impfstoffen über Impfpflichten diskutieren, bei Menschen, die mit sehr vielen anderen Menschen zu tun haben. Weil dann hat es ja tatsächlich auch einen Effekt. Bei den Impfstoffen, bei den Corona-Impfstoffen, die wir jetzt haben, ist dieser Effekt nach einer gewissen Zeit, wenn die Impfung zurückliegt, gleich null. Das besagt eine große schwedische Studie, die gerade jetzt im Preprint veröffentlicht. Das Video ist sehr informationsreich, finde ich. Man kriegt noch mal so ein paar Informationen, die man vielleicht halt nicht hatte. Auch generell über Impfstoffe etc. Finde ich gut. Und das ist eine Studie, die tatsächlich die Daten von 1,6 Millionen Menschen ausgewertet hat. 800.000 Geimpfte, 800.000 Ungeimpfte. Und diese Studie kommt zu dem Schluss, dass bei einer Impfung mit AstraZeneca schon nach vier Monaten und bei einer Impfung mit BioNTech nach sieben Monaten der Schutz gegen eine Infektion gleich null ist. Also, dass sich Geimpfte genauso häufig infizieren können wie Ungeimpfte. Und es gibt andere Studien, die wiederum belegen, dass wenn Geimpfte infiziert sind, dass sie auch die gleiche Viruslast haben wie Ungeimpfte. Das heißt, sie können andere genauso gut anstecken. Es ist noch ein bisschen strittig, ob sie das vielleicht in einer kürzeren Zeitspanne tun. Und aber der Verlauf ist bei denen wahrscheinlich nicht so aggressiv dann, oder was ist das? Also da geht es jetzt ja gerade nur, dass sie sich infizieren können und das auch weitertragen können, genauso wie ein Nicht-Geimpfter. Aber derjenige, der geimpft ist, wird dann nicht so krank, oder was? Aber zumindest ein Punkt, der hat sich inzwischen herausgestellt. Die Impfung dämmt das Infektionsgeschehen nicht ein, sondern Geimpfte sind Teil dieses Infektionsgeschehens. Und das ist natürlich insoweit eine gefährliche Sache, weil viel... Also ich denke auf jeden Fall, dass... Ah, dazu kommt sie noch. Okay, alles klar, alles klar. Aber das ist doch schon der Punkt, wo man eigentlich dann aufhören könnte, so einen auf Spaltung zu machen und zu sagen, ihr Nicht-Geimpften seid schuld daran und ihr Geimpften seid ihr Heiligen. Da könnte man doch schon diese Spaltung einfach aus dem Raum rausnehmen, das einfach vernünftig in der Öffentlichkeit präsentieren, ehrlich sein, dann halt gucken, wie es weitergeht, aber nicht für mehr Spaltung in der Gesellschaft sorgen, Digga, das ist so traurig immer. Geimpfte glauben. Und an der Stelle nochmal für alle Leute, die gerade auf YouTube zugucken, wir versuchen gerade die Frau Wagenknecht in ein Interview reinzubekommen. Falls ihr das hier gerade seht, reactionmäßig auf dem YouTube-Kanal, dann geht jetzt in die Beschreibung rein, geht auf ihr Instagram-Profil und schreibt ihr bitte einmal per DM und unter den aktuellsten Post, dass ich gerne mit ihr für die Jugend beziehungsweise für die ganze Gesellschaft eigentlich, nicht, aber vor allen Dingen für unsere Szene, für die Jugend, für die, ja, für die Jugend, mit ihr gerne sprechen möchte. Das könnt ihr hier mal schreiben, wenn ihr wollt. Dass sie niemanden mehr anstecken können. Und das ist zum Beispiel auch das Problem in den Pflegeheimen gewesen, weil die ungeimpften Pflegerinnen und Pfleger, das sind ja gar nicht viele, das sind etwa 10 Prozent, die wurden getestet. Aber die geimpften Pflegerinnen und Pfleger wurden nicht getestet, weil man ja die These hatte, die Impfung schützt davor. Und so konnte natürlich das Virus auch in Pflegeheime kommen, hat ältere Menschen teilweise jetzt schon wieder getötet dort. Also hat man jetzt, das war überfällig gesagt, alle müssen sich testen in den Pflegeheimen. Das ist natürlich das Eingeständnis, dass auch Geimpfte infektiös sein können. Und allerdings weitere Schlussfolgerungen hat die Politik bis jetzt verweigert, weil wenn das so ist, dass Geimpfte ähnlich ansteckend sein können wie Ungeimpfte, Ja, dann ist natürlich die 2G-Regel völliger Nonsens. Die 2G-Regel bringt eine Scheinsicherheit. Man schließt die Ungeimpften aus, um sie unter Druck zu setzen, aber gleichzeitig testet man ja die Geimpften nicht und das Virus kann sich beliebig unter den Geimpften weiter verbreiten. Und dadurch geht natürlich am Ende auch das Infektionsgeschehen in der gesamten Gesellschaft weiter. Nun wird immer gesagt, ja, in Deutschland sind doch die Inzidenzen der Geimpften und der Ungeimpften extrem unterschiedlich. Wir werden immer wieder Zahlen produziert, auch in Sachsen gerade waren. Sammy, was geht? Alles klar? Die Ungeimpften haben eine Inzidenz von 800 und die Geimpften nur von 72. Und das würde doch zeigen, dass wir eine Pandemie der Ungeimpften haben. Dieses Narrativ, Pandemie der Ungeimpften, wird ja inzwischen glücklicherweise von nahezu allen seriösen Virologen bestritten und in Frage gestellt. Also nicht nur Hendrik Streeck, der ja schon lange gesagt hat, wir haben keine Pandemie der Ungeimpften. Sogar Herr Drosten hat inzwischen gesagt, nein, das stimmt nicht, wir haben eine Pandemie der Geimpften und der Ungeimpften. Also wie erklären sich diese unterschiedlichen Inzidenzen? Na ja, ganz einfach. Die einen werden getestet und die anderen nicht. Ich meine, wir haben ein großes Volumen an Tests in Schulen, teilweise auch in Kindergärten. Das sind Kinder. Der größte Teil ist nicht geimpft. Daher kommen sehr viele Inzidenzen, weil dort findet man natürlich Infektionen. Also stellt man sie fest und das sind Ungeimpfte. Und auch im normalen Leben. Wann werden Geimpfte getestet? Ja, eigentlich nur, wenn sie krank werden oder vielleicht, wenn sie direkte Kontaktperson sind. Ansonsten werden immer nur Ungeimpfte getestet. Und dann kriegt man solche unterschiedlichen Inzidenzen. Die sagen natürlich überhaupt nichts aus. Interessante Zahlen dazu gibt es aus Großbritannien, weil die Briten tatsächlich, das muss man mit Respekt sagen, wesentlich mehr Wert darauf legen, zu gucken, was in ihrem Lande wirklich an Infektionsgeschehen stattfindet. Und deswegen machen sie Untersuchungen, wo sie systematisch nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Geimpfte testen und gucken, wie ist da das Infektionsgeschehen. Also wie viele Menschen in den einzelnen Altersgruppen sind infiziert. Was noch nicht heißt, dass sie krank sind. Ich meine, das muss man auch immer wieder unterscheiden. Inzidenzen heißt nur, dass jemand eben das Virus hat und es möglicherweise weitergeben kann. Aber auch diese Grafik habe ich uns mal vorbereitet und die gucken wir uns jetzt mal an. Großbritannien. Lehrerin Wagenknecht am Start hier. Fühlig, Freunde, fühlig. Die dortigen Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften, die haben das, wie gesagt, hat sie uns auch wieder eine schöne Grafik vorbereitet, die an der Stelle. Ich küsse dein Herz, Sarah. Thematisch ermittelt und nicht, so wie in Deutschland, wo man die einen testet und die anderen nicht. Jetzt gucken wir mal diese Grafik an. Also wir sehen unten die Altersgruppen und wir haben oben abgetragen, also das sind die Säulen, einmal blau die doppelt Geimpften, die Inzidenzen unter doppelt Geimpften und rot oder orange sind die unter Nicht-Geimpften und das bezieht sich jeweils auf 100.000 Einwohner. Bei so und so vielen Menschen wird in einem PCR-Test das Virus nachgewiesen. Wir sehen also deutlich bei den unter 18-Jährigen, klar, die meisten davon sind nicht geimpft, weil auch in Großbritannien Kinder bisher nicht geimpft werden. Also sieht man ein großes Infektionsgeschehen bei Nicht-Geimpften und nur ganz wenige doppelt Geimpfte, weil es gibt eben so gut wie keine. Das ändert sich schon ein bisschen bei den 18- bis 29-Jährigen. Auch da ist immer noch das Infektionsgeschehen bei den Nicht-Geimpften größer, weil es aber sehr wahrscheinlich auch in dieser Altersgruppe auch noch eine sehr geringe oder relativ geringe Impfquote gibt. Ab 30 verändert sich das gravierend. Ab da sind die Inzidenzen der doppelt Geimpften höher als die der Nicht-Geimpften. Und zwar sehen wir in der Altersgruppe 40-79, dass die Inzidenzen sogar in etwa doppelt so hoch sind wie die der Nicht-Geimpften. Warum? Das heißt nicht, dass die Geimpften quasi das Virus anziehen, sondern man muss ja immer in Rechnung stellen, wir haben eine Impfquote in Großbritannien von etwa 60, 67 in etwa oder 66 Prozent. Das heißt, zwei Drittel der Bevölkerung sind geimpft, ein Drittel ist nicht geimpft. Und genau das spiegelt sich allerdings in diesen Relationen wieder. Ah ja, okay, weil es nicht so viele Menschen sind quasi. Es sind doppelt so viele Menschen geimpft wie nicht geimpft sind und es sind doppelt so viele Menschen infiziert bei den Geimpften als bei den Nicht-Geimpften. Es widerspiegelt also genau die Verteilung Geimpft, Nicht-Geimpft. Das ist ja relativ logisch. Also man kann aus diesen britischen Zahlen sehen, das Virus verbreitet sich unter Geimpften und Nicht-Geimpften in etwa gleich. Und deswegen, weil es mehr Geimpfte gibt als Nicht-Geimpfte, haben wir auch mehr infizierte Geimpfte als infizierte Nicht-Geimpfte. So, aber was heißt das? Das zeigt nochmal ganz deutlich, wie wir politisch in eine Sackgasse rennen, wenn wir so tun, als ob die Erhöhung der abstrakten Impfquote für alle Bevölkerungsteile tatsächlich dieses Infektionsgeschehen deutlich verändern würde. Und wenn wir vor allem auf Maßnahmen setzen, Oh shit, man. 10 Bits sind am Start, bro. Ich küsse dein Herz. Wie heißt der, Bruder? Sandage Betu. Danke für den Support, bro. Zielen, Geimpfte und Nicht-Geimpfte zu separieren, die Nicht-Geimpften unter Druck zu setzen, währenddessen bei den Geimpften noch nicht mal Tests gemacht werden. Wenn wir das sehen, diese Grafik, muss man ganz klar sagen, da, wo es wichtig ist oder da, wo sehr, sehr viele Menschen auf engem Raum sind, da müssen sich halt alle testen. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. 2G macht keinen Sinn. Und hat nur den, nur einen Aspekt, dass man einen Teil der Bevölkerung ausgrenzt und unter Druck setzt. Und zwar teilweise wirklich auf schlimme Art. Wir kommen ja inzwischen. Ganz schlimme Art. Ich kriege das ja selber in meiner Familie auch mit, bei meiner Mom zum Beispiel etc. Warum wird darauf so krass abgezielt, unbedingt in eine Menschengruppe irgendwie auszugrenzen und so einen komischen Hass zu schüren, Digga? Haben die da Bock drauf oder was? Warum? Warum? Das Problem bei der Sache ist immer, glaube ich, dass halt gerade Politiker nicht gerne zurückrudern. Also wenn die mal gesagt haben, das ist so, dann versuchen sie halt auf Krampf da zu bleiben, ob das jetzt Gesellschaft spaltet oder nicht. Aber nein, dieser Linie müssen wir uns jetzt treu bleiben. Und am Ende wird eh keiner zur Rechenschaft gezogen. Das wissen die auch und deswegen scheiß drauf. Mails auch von Menschen, gerade auch von Jungen, die und auch von Trainern zum Beispiel von Sporteinrichtungen, die verzweifelt sind, weil sie sagen, sie können jetzt junge Leute nicht mehr weiter trainieren. Die können nicht mehr ihren Sport machen, weil sie nicht geimpft sind. Das ist völlig unsinnig und es hat überhaupt keinen positiven Aspekt. Was man allerdings von diesen Zahlen unterscheiden muss, und das ist die zweite Frage, mit der ich mich jetzt beschäftige, die Impfung schützt nicht davor, sich zu infizieren und nicht davor, andere anzustecken. Und ich glaube, das müssen wir alle verinnerlichen, auch für unser eigenes Verhalten, wenn wir geimpft sind. Das ist eine wichtige Information, auch für alle Geimpften, genau. Dass sie nicht denken, dass sie jetzt was Besseres sind und dass die Ungeimpften schuld für alles sind. So, weißt du? Das Mensch ist Mensch, Digga. Dass man es überhaupt sagen muss, ist traurig, aber es ist halt so. Und dann jetzt kann man es sogar noch belegen, dass wir alle Menschen gleich dafür verantwortlich sind. Aber jetzt wird sie wahrscheinlich sagen, dass die Geimpften einen weniger schweren Verlauf haben in der Krankheit. Und das ist doch dann auch gut für die Leute, die sich dazu entschieden haben. Das, glaube ich, ist auch ein Versagen, dass die Politik das nicht vermittelt. Aber die Impfung schützt, zumindest bis jetzt, immer noch dagegen, schwere Verläufe zu haben und an der... Oh shit, man. Song Wukong, warst du das schon wieder jetzt hier mit 5 Euro, oder was? Ich küsse deine Hats, Bro. Danke für den Support, man. Reicht für heute, Brodi. Reicht für heute. Ich muss kurz einmal Holz nachlegen in meinen Kamin. Das lässt mich auch ein bisschen seriöser aussehen, glaube ich, ne? Frau Wagenknecht, ich habe Kamin, ich mache selber Holz auch. Das wäre doch zu geil, wenn wir das hinkriegen würden mit dem Interview, oder? So wie damals auch mit Wodak. Das haben auch sehr viele Leute gefühlt, wenn ich so zwei Generationen aufeinandertreffen soll. ...fein zu sterben. Auch dieser Schutz nimmt ab. Auch das ist etwas, was ein Problem ist. Gerade bei sehr alten Menschen, deswegen gibt es ja da die Booster-Impfungen, sehen wir, dass da vielfach der Schutz schon sehr schwach geworden ist. Aber er nimmt insgesamt ab. Es sind keine so guten Impfstoffe, wie wir uns das erhofft haben. Aber es gibt immer noch einen Schutz. Also da haben wir zum Beispiel auch deutsche Zahlen. Aktuell sind gut 40 Prozent der symptomatisch Erkrankten geimpft. Gut 40 Prozent. Bei einer Impfquote von knapp 70 Prozent heißt, dass die Impfung immer noch ein Schutz ist, dagegen zu erkranken. Und bei den Krankenhauseinweisungen und erst recht bei den Intensivstationen sieht man die Unterschiede auch. Also bei den Krankenhäusern ist es so, dass etwa... ... ... ... 36 Prozent derer, die ins Krankenhaus kommen mit Corona, sind geimpft. Der Rest ist ungeimpft. Das heißt, daraus kann man Schlussfolgerungen und das ist etwa die Hälfte dessen, was in der Bevölkerung geimpft ist. Also ein Schutz etwa noch von 50 Prozent. Und bei den Intensivstationen ist es sogar noch etwas mehr. Die Intensivstationen, da liegen zurzeit nach den Zahlen des RKI, oder das heißt zurzeit ist falsch, das RKI veröffentlicht keine aktuellen Zahlen, sondern das RKI veröffentlicht immer nur Zahlen der letzten vier Wochen und des Durchschnitts dieser vier Wochen. Aber da lagen 28 Prozent vollständig Geimpfte auf den Intensivstationen, wobei der Wert von Woche zu Woche angestiegen ist. Aber auch hier sieht man, Impfquote 70 Prozent, 28 Prozent auf den Intensivstationen, hier ist noch ein Schutz. Und deswegen glaube ich, ist es auch immer noch so, dass man tatsächlich bei Menschen, die älter sind und auch bei Menschen, die bestimmte Risikofaktoren haben, die man inzwischen kennt, nämlich Bluthochdruck, starkes Übergewicht oder Diabetes, dafür werben sollte, dass sie sich impfen lassen. Weil da ist ein Schutz immer noch da durch die Impfung. Und das zeigt sich in diesen Zahlen. Aber es zeigt sich in diesen Zahlen eben auch, dass ein immer höherer Teil vollständig Geimpfter doch nicht mehr so geschützt ist, wie viele das erhofft haben. Und das ist natürlich schon auch ein Problem. Und deswegen ist es natürlich auch völlig falsch, so zu tun, als würden jetzt die Krankenhäuser überlastet, nur wegen der Ungeimpften. Wir haben diese Situation jetzt, weil tatsächlich wir gehofft hatten, mit den Impfstoffen, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr von dieser Pandemie betroffen ist. Diese Hoffnung ist nicht eingetreten. Und das muss man eben ganz klar sagen. Auch deswegen haben wir jetzt diese akuten Probleme und diese Zuspitzungen. Aber wenn wir über Krankenhäuser reden, dann möchte ich auch noch was anderes sagen. Also wir haben aktuell gut 3000 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Das ist viel mehr als noch für ein oder zwei Wochen. Die Zahlen sind schon sehr steil gestiegen. Das ist auch beängstigend. Aber man muss dazu sagen, und von diesen 3000 Intensivpatienten sind 2000 etwa ungeimpft. Das sind aktuell die Zahlen. Aber wir haben 6000 Intensivbetten weniger als noch vor einem guten Jahr wegen des sich verschärfenden Pflegenotstands. Und ich meine, wenn man das ins Verhältnis setzt, 3000 Corona-Patienten, rund 2000 Ungeimpfte und 6000 Betten, die nicht mehr zur Verfügung stehen, weil man nichts dagegen getan hat, dass Pfleger immer mehr ausgebrannt sind, dass die Arbeitsbedingungen mies sind, dass die Bezahlung uns miserabel ist, weil das alles laufen gelassen wird. Da muss man doch klar sagen, wer ist verantwortlich jetzt dafür, dass Operationen verschoben werden? Wer ist verantwortlich dafür, dass die Situation dramatisch wird in vielen Krankenhäusern? Corona? Oder das riesige Versagen der Politik? Und ich finde, diese Zahlen zeigen deutlich, wer hier verantwortlich ist. Und ich bitte wirklich, dass wir uns nicht... Und es gibt Menschen, die draußen rumlaufen und sagen, du bist schuld, weil du bist nicht geimpft. So, weißt du? Und deswegen finde ich dieses Aufklärungsvideo hier gerade richtig top. Von diesen Märchen der Politik ins Boxhorn jagen lassen, wer der Sündenbock jetzt sein soll und unsere Wut auf den richten. Nein, die Wut sollten wir auf Politiker richten, die nichts dagegen tun, dass sich der Pflegenotstand verschärft. Soweit für heute. Ich weiß, es ist ein spannendes und kontroverses Thema. Es ist auch ein Thema natürlich, weil es mit Leben und Tod zu tun hat, wo ganz viel Emotion mitschwingt. Aber ich bitte euch einfach, versucht, rational ranzugehen, abzuwägen und euch nicht falsche Fakten unterjubeln zu lassen. Und Fake News sind leider nicht nur eine Domäne dubioser Webseiten und Blogs. Da gibt es das auch. Aber manches, was uns offiziell erzählt wird, sind leider auch Fake News, wie ich versucht habe, in dieser Und vor allen Dingen vergesst eure Menschlichkeit nicht mehr in dem, Freunde. Wochenschau zu zeigen. Soweit für heute und wir sehen uns bald wieder. Stark. Hoffentlich im Café. Hoffentlich im Café. Also ich muss sagen, ich fand es ein richtig cooles Video. Chat, was sagt ihr dazu? Also ich habe ein paar Informationen bekommen, die ich so nicht hatte. War ein sehr informatives, schönes Video von der Frau Wagenknecht. hier an der Stelle. Und was sagt ihr, Leute? Mal Feedback rein hier, in den Chat. War gut, oder? So einfach auch ein bisschen besseres Verständnis nochmal reinzubekommen für die ganze Nummer. Beste Frau, cool, interessant. Daumen hoch, Top Video, plus eins. Sehr geil. auch mal sitôt, war lamp,